Aloy, gut gekämpft. Atika, das waren keine normalen Maschinen. Rebellen hatten sie überbrückt. Regala, noch ein Gift, das uns zusetzt. Wie fing das an? Wir kämpften uns flussaufwärts bis hier. Und dann fanden wir das. Wir wollten genauer nachsehen. Wir waren gerade beim Aufstieg, als diese Maschinen angriffen. Sie waren wohl auf Patrouille. Tote Maschinen, ein vergifteter Fluss und Regalas Rebellen. Das kann kein Zufall sein. Du hast recht. Ruhe dich aus und geh zurück nach Burmarsch. Die kleine Sela wartet auf dich. Aloy und ich übernehmen jetzt. Ja, Kommandantin. Wenn dort Rebellen sind, könnte es eine Falle sein. Wir kämpfen uns durch, so oder so. Bist du dabei? Los, ab nach oben. Ich folge dir, Aloy. Hier hinauf! Anscheinend müssen wir die Wasserfälle hoch. Direkt durch das Blutjoch. Legen wir los. Das Wasser riecht verfault. Leb lieber damit. Verdammter Dreck! Meine Hände sind voll. Aber nicht loslassen. Das muss man mir nicht zweimal sagen. Ich bin der tote Maschine. Was zu... Alles gut. Hörst du? Klingt nach einer Maschine. Wir müssen gegen das Ding kämpfen, oder? Wir müssen gegen das Ding kämpfen. 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 Ich gehe auf. Ich weiß, dass die da draußen sind. Ich gehe auf. Der Beutel ist voll, aber im Rucksack ist noch Platz. Ich gehe auf. 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 hier drüben sie dir das an ein maschinen köder das erklärt all diese maschinen aber was soll der hier vielleicht hilft mein fokus die rebellen hatten ja eine große operation es muss noch was geben was uns verrät was los war ich dachte ich hätte ausrüstung bei den fällen gesehen maschinenschrott und kaputte verderberteile zum überbrücken haben die rebellen sie hier getestet also sind all diese toten maschinen was fehlschläger vielleicht ich dachte ich hätte ausrüstung an den klippen bei den fällen gesehen ja 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 Was ist das? Eine Nachricht von einem der Söhne des Prometheus. Demnach wollten die Rebellen weg, beschlossen aber den Damm zu bewachen, als sich das Wasser erklärte. Sie sahen eine Chance und ergriffen sie. Ein Treffer damit könnte viel Schaden anrichten. So ein Ding ist auch im Hain, in der Arena, um Maschinen auszuschalten. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Die Rebellen haben Maschinen hergelockt, um sie zu überbrücken. Aber sie erwischten nicht alle. Also töteten sie einige mit der Balliste und der Damm entstand. Als sie merkten, dass dadurch das Blutjoch nicht mehr weggespült wurde... Dahin kann ich dir nicht folgen. ...blieben sie und bewachten den Damm. Elende Feiglinge! Uns vergiften, bis wir dahin siechen. Der Damm. Kannst du ihn einreißen? Ich seh's mir mal an. Ich sollte den Damm scannen. Vielleicht gibt's eine Schwachstelle. In den Damm steckt ein explosiver Beutel einer Maschine. Ein Treffer und alles fliegt in die Luft. Ich muss ihn nur irgendwie freilegen. Da ist der Beutel. Nur ein starker Treffer kann ihn sprengen. Und ich kann nicht beides gleichzeitig. Die Balliste! Atika! Kannst du mit der Balliste feuern, während ich das Ding aufhalte? Schon dabei. Ich hoffe, das funktioniert. Kann losgehen. Ich hoffe, das funktioniert. Festhalten! Worauf warten wir, A-Loy? Wenn der Worte freigelegt ist, kann er Tickhater. Hoch damit! Schön geflogen! Ha! Ha! Geschafft! Atika! Es ist fort. Nach all der Zeit sind wir das giftige Wasser endlich los. Danke, A-Loy. Ich muss zurück nach Dornmarsch. Komm zu mir, wenn du kannst. Du verdienst eine Belohnung. Das ist ein Dornmarsch. Die Rebellen haben es ausspioniert. Wäre ein schöner Gleitflug. Das Wasser hier scheint wieder sauber zu sein. Ich muss zu Atika. Die behalte ich als Vorrat. Mögest du deine Gegner zermeilen. Du hast Ehre erlaubt. Du hast die Coolruhe verteidigt. Wir danken dir. Wer möchte eine Partie Maschinenstreit spielen? A-Loy. Ich erzähle, was du am Damm vollbracht hast. Wir beide. Wir waren es gemeinsam. Das stimmt. Sieh dich um. Dornmarsch ist vom Blutjoch befreit. Wir müssen das Gift nicht mehr fürchten. Zum ersten Mal seit Monaten können wir unsere Wunden mit sauberem Wasser reinigen. Und wie fühlst du dich, Zella? Bereit für die Jagd. Noch nicht. Kleine Kriegerin. Ich versprach dir eine Belohnung, die angemessen ist. Ich wüsste nichts Passenderes als das. Danke. Wohin dich deine Reise auch führt, A-Loy. Fliege stets auf den Flügeln der Zehn. Wir haben die gleichen Feinde, Fremde. Das ist eine Frage, was mein Strategie ist. Jeder Kampf wird das verraten. Also lass uns mal die Finanzküche probieren. Jemand Lust auf ein eine Partie Maschinenstreit? Du hast hier einen Schlafzpartner. Rebellion einen Stich. Bist du nur heute eine Verbündete oder für jeden Kampf? Stärke sei mit dir. Mögen deine Feinde fahren. Mögen deine Feinde fahren. Mögen deine Fynn. Und Dennis Bet Elaan. Amen.